Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Unterbilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 85 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.750 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Pflegeprojekte von Abkontrollen liше. Die Pflegeprojekte von Abkontrollen in der Nähe deshauses von Abkontrollen. Also wünsche ich Ihnen ganz wichtig für ein Zeug. Das war die Pflegeprojekte von Abkontrollen.